Ja, hallo, wir sind heute hier für Alkarlinen 7 da und interviewen die Kämpfer. Ich bin hier mit Philipp Radaric. Philipp, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, danke. Super, wie lief das Training bisher? Das Training lief bis jetzt sehr gut. Es gab keine Verletzungen, keine Krankheiten, also alles bestens. Super, hast du dich auf irgendwas Bestimmtes fokussiert, ein bestimmtes Teil der Martial Arts trainiert? Nee, ich tue normalerweise immer alles, also gleich trainieren. Also MMA in allen Bereichen und genau, also nichts Spezielles. Was weißt du denn über deinen Gegner? Über meinen Gegner weiß ich, dass der einen Kick- oder Tie-Box-Background hat und ein Video habe ich gesehen von ihm und mehr weiß ich auch nicht. Ja, also er hat angeblich schon 60, 70 Kämpfe bestritten. Wie willst du dem entgegnen oder was ist so ungefähr dein Plan? Das wird man dann am 12.04. sehen, wie ich dem entgegentrete. Alles klar, danke, viel Glück. Vielen Dank.